Schön, das kann man über unseren heutigen Gast auch sagen. Der Mann lässt viele Frauenherzen höher schlagen. Im November wurde er zum Mr. Baden-Württemberg gekürt. Und jetzt, jetzt hat er sich in Linstow bei Rostock auch noch die Scherpe für einen ganz begehrten Titel geholt. Mr. Germany 2017. Dominik Brundner ist der Schönste im ganzen Land. 1,87 Meter groß und 23 Jahre alt. Der Hochdorfer hat sich gegen 16 Konkurrenten durchgesetzt. Mal im Anzug, mal in Jeans. Aber nicht nur Schönheit, auch Köpfchen zählt. Mit seiner natürlichen Art hat der Jury und Publikum endgültig überzeugt. Ein Jahr lang steht Mr. Germany nun im Rampenlicht. Als schönster Mann Deutschlands. Herzlich willkommen. Wow. Mr. Germany, oder? Wie lange hat es bei Ihnen gedauert, Dominik, bis Sie kapiert haben, ich habe tatsächlich den Titel? Haben Sie schon kapiert? Ich habe es ehrlich gesagt noch nicht ganz so kapiert. Also auch jetzt 10 Tage danach nicht. Ich denke mal, das kommt dann zur Weihnachtszeit, wenn ich zu Hause bin, meine Familie alles mal ein bisschen sacken lassen kann. Dann kommt es wahrscheinlich. Aber so richtig. Und wie war es in diesem Moment, als die Jury plötzlich verkündet hat, and the winner is Dominik Brundner aus Hochdorff? Ich habe es erst so gar nicht richtig gefasst, dass wirklich mein Name gesagt wird. Ich hatte einfach, ich war leer im Kopf. Ich hatte die letzten zwei Monate im Kopf, wie ich jeden Tag trainiert habe, viel dafür gemacht habe, dass es überhaupt klappen kann. Und dann stand ich da, kam mein Name und war einfach nur Wahnsinn. Sie haben auch nicht wirklich damit gerechnet, dass Sie so eine gute Platzierung haben. Ich meine, es sind 17 schöne Männer ins Finale gekommen. Und dann haben Sie es gesagt, Sie haben nicht gerechnet mit so einem Titel, ne? Nee, also mit der Top 5 hatte ich gerechnet, oder was heißt gerechnet, habe ich gehofft. Und alles nach oben war natürlich umso besser. Und dass ich dann Erster werde. Konnte man nur hoffen. Ja. Was haben Sie als erstes gemacht, als Sie es gehört haben, quasi, als die Verkündung war? Erst mal zu Mama gelaufen oder erst mal eine SMS geschickt? Nee, war leider nicht drin. Also da kamen dann gleich Presse, Kamerateams, Interviews. Da war die Partie dann auch für mich eher erst mal gelaufen. Die anderen hatten da schon mehr Zeit, aber war natürlich wichtiger. Und dann erst mal zur Familie natürlich. Schön sein ist ja auch ein harter Job, ne? Ich meine, Sie haben es gesagt, Sie haben viel trainiert davor. Wie vorbereitet man sich vor? Ja, jetzt speziell von Mr. Germany waren dann schon zwei Monate davor. Also immer Fitnessstudio, fast jeden Tag. Wenn dann meine Freunde freitags fein gegangen sind, dann war ich halt im Fitnessstudio. Viel Salat gegessen, keine Pizza, was ich sonst gerne esse. Und dann war es so, dass ich mich nicht mehr so liebte, dass ich mich nicht mehr so liebte. Und die Reaktion so erst mal von Ihren Eltern, ich meine, die sind wahrscheinlich stolz für Oskar, oder? Ja, meine Eltern sind stolz. Klar, meine Mom hat auch geheult an dem Abend, die waren auch da und einfach schön. Und meine Kumpels stehen auch hinter mir. Da sagt niemand, ey, uncool, schön sein. Oder ist das, waren die richtig, freuen sich alle? Die freuen sich schon, klar. So ein Spruch wie, hätte ich mal mitgemacht, dann hast du nicht gewonnen, war klar auch dabei. Aber die unterstützen mich alle, stehen vorhin hinter mir und auf die kann ich schon zählen. Und Hochdorf? Ich meine, die sind wahrscheinlich jetzt auch stolz, dass einer von Ihnen wirklich der Schönste ist. Haben Sie da auch schon so Feedbacks bekommen? Ja, klar, als ich dann Sonntagabends wieder nach Stuttgart gekommen bin, dachte ich so, jetzt kann ich gleich in mein Bett, mit nach einer Stunde Schlaf und dann komme ich nach Hause, ungefähr 100 Leute vor meiner Haustür, dachte ich so, okay, wird wieder eine kurze Lange. Von wegen schlafen. Dabei muss man ja an die Augenringe denken, an die Schönheit sozusagen. Kann man ja mittlerweile abschminken, aber ein bisschen Schlaf sollte schon auch sein. Wir haben ein paar Bilder von der Wahl und den 16 Konkurrenten und Ihnen. Sagen Sie, wie geht es einem da, wenn man da so steht? Was muss man alles tun? Also, ja, ich muss erst mal sagen, die Abläufe und so haben wir ja die ganzen Tage davor schon einstudiert. Also, wir wussten schon, was wir machen, auch der Tanz. Ah, das zusammen geprobt? Genau, also, der Tanz haben wir auch eineinhalb Tage davor angefangen und von daher wussten Abläufe, klar, aber wenn dann das Van der Waal-Kressort in Linz da ausverkauft ist mit 700 Leuten und so, ist halt schon nochmal was anderes, klar. Die Nervosität ist dann auch schon auch da. Und man muss ja gerechterweise sagen, die sehen alle sehr gut aus, samt Ihnen natürlich inklusive, aber was fällt Ihnen da, was ist Ihnen leicht gefallen? Ich meine, da sind 700 Leute gewesen in der Halle, da post man, ist das irgendwie, geht das so? Ja, so geht es auch nicht. Klar, ich kenne es ja, ich model ja auch nebenher, oder jetzt hauptberuflich schon seit einem Jahr, da war ich auch schon auf dem anderen Läufe-Stick, aber da war halt das Ding, man verkauft sich selber, nicht die Mode, die man trägt dazu. Also, fand ich es wichtig, einfach natürlich und offen zu sein und Spaß zu haben. Und wie war das hinter den Kulissen? Also, ich meine, da taxiert man sich doch ein bisschen, oder denkt, wie sieht der aus und so weiter? Oder wie ist so das Feeling hinter den Kulissen? Ja, man schaut schon, gerade vor dem Einwalk, nur mit Jeans oben ohne, schaut man schon, oh, hätte man vielleicht doch noch öfters in Fitnessstudio gehen sollen, aber bei uns Jungs war alles ganz entspannt, also wir haben uns gegenseitig den Erfolg gegönnt, auch mit dem Zweiplatzierten bin ich relativ gut, immer noch im Kontakt. Und da sind auch echt Freundschaften entstanden. Ja, das ist ja schon mal gut. Wie hat sich Ihr Leben seither verändert? Ja, gerade die ersten zehn Tage danach sind ja immer ziemlich stressig für den Mr. Germany, habe ich schon mitbekommen und kann ich auch voll bestätigen. Das heißt, da läuft dann das Telefon nicht still, oder? Ich war dann gleich wieder am nächsten Tag um sechs Uhr morgens wach, die ersten Radiostationen haben angerufen, Printmedien, also volles Programm von morgens bis abends jetzt, die letzten Tage schon. Das muss man auch erst mal verkraften, ne? Ja, klar, kommt ja von heute auf morgen. Über Nacht eigentlich, ne? Ja, vor 14 Tagen dachten Sie noch nicht, dass Sie hier sitzen. Ne, hätte ich nicht gedacht. Und Ernährung und sowas, ich meine, jetzt haben Sie einen Pressetermin nach dem anderen, überall stehen die Kekse auf den Tischen. Jetzt muss man ja gucken, dass man trotzdem in Form bleibt, oder? Ja, klar, ich muss dranbleiben, aber ich habe jetzt schon die Woche noch gar nicht ins Fitnessstudio geschafft gehabt, weil einfach die Termine zu naheinander liegen, aber jetzt auch während der Weihnachtszeit. Und da ist auch mal Schokolade sein. So ist es. Und dann ab Januar geht es dann richtig los mit den Terminen bei Ihnen? Ja, ich habe mich über Facebook beworben, mal für einen Werbespot, für einen Kosmetikasteller, da wurde ich dann zum Casting eingeladen und hat ja dann auf Anhieb geklappt. Und so hat es dann eigentlich alles angefangen, bei Agenturen beworben und ja. Und jetzt dieser Titel, der ja nun wirklich was ist, da haben sich ja mehr als 1000 junge Männer beworben. Was erhoffen Sie sich so auch davon? Was wünschen Sie sich vielleicht auch? Ja, ich wünsche mir einfach, dass es ein schönes Jahr wird als Mr. Germany, dass ich schöne Momente erleben werde, dass ich vielen auch helfen kann. Ich werde mich demnächst auch für einige Sachen einsetzen, die darf ich jetzt leider noch nicht sagen. Und ja, wie die Miss Germany zum Beispiel, die hat den Papst getroffen und es öffnen sich schon Türen, sage ich mal, an die man so jetzt vielleicht nicht rankommen würde. Das sind wir einfach mal gespannt, da können Sie uns ja hier mal wieder dann besuchen. Ja, gerne. Und sonst, ich meine jetzt so ganz in Zukunft gerechnet, wenn das Jahr mal rum ist, oder beziehungsweise, ja, Mr. World gibt es ja auch noch. Ja, genau. Wollen Sie da mitmachen? Also sozusagen sich dem internationalen Wettbewerb stellen? Ja, das sind auch schon die ersten Gespräche im Laufen. Mr. World, na klar, mitmachen kann ich ja mal. Also wir werden Ihnen jeweils alle Daumen drücken. Und jetzt würde ich Ihnen erstmal sagen, ich wünsche Ihnen, dass Sie ein bisschen Schlaf kriegen. Ja, das wünsche ich mir auch. Das ist ja bei der Schönheit auch ja ganz wichtig, obwohl da natürlich auch Köpfchen zählt. Muss man dazu sagen, es waren ja auch, Sie mussten da auch wirklich pallieren und ein bisschen, nicht nur schön sein, sondern auch mit Ihrer Natürlichkeit punkten, das haben Sie ja auch gemacht. Ich sage danke für den Besuch. Ja, gerne. Und dann natürlich erstmal schöne Weihnachten auch schon mal. Wünsche ich Ihnen auch. Danke.